Zu Tomo, ist alles in Ordnung? Dir muss kalt sein, oder? Im Kloster wurde mir gesagt, ich solle das Gemüsefeld fragen, was ich kochen soll. Wie Erde. Wie der Geruch von Erde. Matschko, willst du nicht hier wohnen? Was ist mit der Asche deiner Frau? Der Mensch wird allein geboren und er stirbt auch allein. Wenn man nur an morgen oder übermorgen denkt, wird das Leben mühsam. Alles, was ich will, ist im Hier und Jetzt zu leben. Hey, zu Tomo! Komm, wir gehen Pizzesammeln! Essen ist Leben und Essen ist Liebe. Und wenn man zusammen isst, schmeckt das Essen am besten. Mit Dankbarkeit. Das Zen-Tagebuch 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 Vielen Dank.